Wir haben heute bei der Chemiatrie einen Gastbeitrag von Professor Knieb, der aus Dresden angereist ist, der heute Abend einen Vortrag im Studium Generale hält und uns im Vorfeld schon ein wenig was über das Prinzip der Biomineralisation erzählt. Also ich fange mal so an, dass ich kurz erläutere, wie ich selbst mit dem Thema Biomineralisation in Berührung gekommen bin. Das war an der Universität Düsseldorf. Die ist eigentlich weniger geprägt durch die Naturwissenschaften, vielmehr durch ein sehr großes Klinikum und eine sehr große klinische Anstalt, die der Universität angeschlossen ist. Und ich war, glaube ich, frisch habilitiert und dann kam in Düsseldorf und dann kam ein Oberarzt der HNO-Klinik, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, vorbei und sagte, ach, Sie haben doch gerade so ein kleines, schönes Gerät bekommen. Es handelte sich um ein Raster-Elektronen-Mikroskop. Und ich habe hier von Tauben und Meerschweinchen so kleine Steinchen aus den Ohren und die sehen so aus, als ob die irgendwie angeschabt sind, können Sie sich das nicht mal irgendwie angucken mit dem Raster-Elektronen-Mikroskop. Und das haben wir auch gemacht. Und dann habe ich jetzt zunächst einmal nachgelesen, was das für Steinchen sind. Tatsächlich handelt es sich um kleinste Steinchen im Mikrometer-Maßstab, die im Wesentlichen aus Calciumcarbonat bestehen. Calciumcarbonat, etwa 95, 98 Prozent. Und die eine besondere Form haben. Und davon gibt es einige tausend, jetzt gehen wir, die Menschen haben auch solche Steinchen, also diese Otokonien. Davon gibt es jeweils einige tausend in jeder Seite des Innenohrs, auch bei Menschen. Die dienen dazu, dass sie, wenn sie linear beschleunigt werden, irgendwie eine bestimmte Bewegung machen. Und diese Bewegung, die die Steinchen dann machen, auf einem Substrat, und dann gibt es da unten drunter Härchen, die so als Nerven wirken. Und dann geht das Ganze ins Auge, wird ins Hirn, wird mit dem Auge abgeglichen. Und dann entscheiden sie eigenhändig, ob sie kotzen sollen oder nicht. Also wenn es zum Beispiel auf dem Dampfer hoch und runter geht, dann spielen die Verrückten, das kann das Auge nicht mehr abgleichen. So, es sind also letztendlich Sensoren, die auf Linearbeschleunigung wirken. Und die haben wirklich eine besondere Form. Und das Ganze spielte jetzt nun vor gut 25 Jahren. Und das hat mich irgendwie gereizt, von Hause aus bin ich nicht nur Chemiker, sondern auch Mineraloge, mich dann überhaupt mit dem Thema Biomineralisation zu beschäftigen. Und zwar im Wesentlichen auf einer Ebene, dass ich mich auf Biominerale fixiere, die auch im Menschen eine Rolle spielen. Das fand ich dann am spannendsten. So, und dann haben wir als Menschen im Wesentlichen zwei Biominerale, Arten der Biominerale. Einmal ein Biomineral, was auf der Basis von Apatit, das ist ein Calciumphosphat, wie Sie wahrscheinlich wissen, arbeitet. 98% Apatit, nanostrukturiert und dann ist die organische Komponente, nämlich Kollagen oder Gelatine, da mit drin, 2,3 Gewichtsprozent. Und die Ohrsteinchen, also Knochen, Zähne, das ist die eine Sorte, Apatit, und die Ohrsteinchen. Das sind die Biominerale, die wir als Funktionsmaterialien in uns tragen. Wenn wir über Gallen, Nieren und wie auch immer Steine reden, dann sind das unerwünschte Phänomene. Aber die beiden Dinge, die ich eben gerade meinte, das sind also wirklich erwünschte Sachen. So, dann war es so, dass ich natürlich hochbegeistert war von Biomineration, wollte sofort anfangen zu arbeiten, dazu braucht man natürlich junge, aktive Leute, und das wollte keiner. Die wollten bei mir Zintelphasen kochen, und das weiß ich was alles, solche brutale Festkörperchemie machen. Das dauerte dann bis ins Jahr, ich glaube, 87, 88, so was ähnliches, vielleicht sogar 90, da war ich zwischenscheidlich dann schon in Darmstadt gelandet, am Zintelinstitut, und dann kam eine junge Dame vorbei und sagte, ich habe eine Diplomarbeit in der physikalischen Chemie gemacht, ich will was Neues machen. Und da habe ich gesagt, okay, Sie kommen zu mir, aber nur, wenn Sie ein Thema nehmen, was ich Ihnen sage, und Sie sagen sofort Ja. Und da habe ich gesagt, Biomineralisation, und dann hat sie Ja gesagt, und was hatte ich? Also ich habe mir keine Wahl mehr gelassen. So, und von da ab ging es dann los, da sagen wir mal 94 vielleicht, haben wir etwa angefangen. So, was interessiert das den Chemiker, also Biomineralisation und Biominerale. Der Chemiker ist zunächst mal Ubiquiter, der ist überall, Ihnen interessiert alles, was Materialien und Stoffe sind. Und ich selbst bin ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, eher Anorganiker, also schlicht von Gemüt und auch echt eher einfach denkend. Und wenn man Biomineralisation betreibt, dann sollte man das unter solchen Voraussetzungen, wenn man eher von der brutalen Seite kommt, machen, ohne dass man auch nur annähernd irgendwelche Zellen- und Zellaktivitäten, also die Biologie, die muss man rausschmeißen. Das heißt, man sollte dann versuchen, Stoffpaare zu finden, die, und jetzt kommen schon die ersten wichtigen Worte, mit denen man heute auch bei Anträgen gut Geld holen kann, die zur Selbstorganisation neigen, die also alles, wenn man sie nur zusammenfügt in der richtigen Form und Art und Weise, alles selber machen. Und das über möglichst lange Zeiträume, also biologische Perioden, so dass man dann immer zwischendurch eingreifen kann, kann sagen, halt Stopp und guckt sich an, was da passiert ist. Alles ist in dieser Ebene nanostrukturiert, da kommt der nächste Reizbegriff dazu. Das heißt, wir haben Selbstorganisation, Nanostrukturierung, jetzt wird es noch spannender. Musterbildung, alles was Self-Assembly ist und diese ganzen Sachen, voll on the line der Chemiker. Und jetzt eben so niedrig in der Komplexität, das ist auch ein wichtiges Wort, Komplexität, so niedrig, dass man das Ganze noch wirklich vom Atom bis in den mesoskopischen Bereich hin, was passiert, verstehen kann. So, und dann haben wir angefangen und dann war mein erster Gedanke, an die Ohrsteinchen hatte ich erstmal gar nicht mehr gedacht, habe gesagt, okay, jetzt gehen wir auf das Stoffpaar, Kollagen und Apathet. Ja, weil wir dann Knochen, Zähne in die Richtung schießen. Und dann ist es klar, oder wurde einem klar, ich musste natürlich erstmal viel lesen und lernen, weil das die ganze Medizin, Biologie, also heilig, interdisziplinär das Ganze betrifft, dann wurde einem natürlich schnell klar, dass man mit Kollagen nicht arbeiten kann, denn Kollagen ist eigentlich unlöslich. Es enthält ein Faserprotein in einer bestimmten Struktur. Das ist gut, diese triple helikalen Proteine, die sind auch löslich, aber die sind im Kollagen mit Zuckern vernetzt und insofern können sie dieses Wasser schmeißen, es passiert gar nichts. Also, wenn man Selbstorganisationsprozesse machen will mit etwas Ähnlichem wie Kollagen, vergisst man zunächst mal die Zucker und kauft sich einfach, natürlich ein bisschen gute Qualität, kauft sich einfach Gelatine. Das ist nämlich denaturiertes Kollagen, die richtige Gelatine. So, und dann sagt man, wie wollen wir das Ganze jetzt zusammenfügen, das soll ja lange dauern, wir machen es mal so, dass wir in einen zentralen Bereich einen Tropfen des Gelatine-Gels legen und dann von zwei Seiten, einmal das eine Ion und dann die anderen Ionen, also es wäre zum Beispiel jetzt, zum Beispiel Calcium von der linken Seite reinschießen, physiologische Konzentration, alles ganz einfach, und Phosphat, wir nehmen noch Fluorid dazu, aus bestimmten Gründen, das macht dem System aber nichts Böses, denn Fluorapatit ist genauso gut wie Hydroxylapatit zunächst mal, und dann lässt man Phosphat, Fluorid und Calcium von der anderen Seite hineindiffundieren, dann wird die Diffusionsgeschwindigkeit kontrolliert, und dann bilden sich im Sinne von Lise-Gangchen-Ringen oder Bändern, Präzipitat, nee, das nennen wir mal nicht Präzipitat, weil es ja nicht schnell ausfällt, da bilden sich dann Komposite, Feststoffe, die kann man sehen, und die kann man dann untersuchen. Ja, und dann begab es sich einfach, jetzt erzähle ich aber glaube ich erstmal nicht viel weiter, dass das, was sich so, wenn man es so zusammenfügt, bildet, eine chemische Zusammensetzung, ich gehe jetzt mal nur auf die chemische Zusammensetzung hin, hat die absolut dem identisch ist, Sie können machen, was Sie wollen, was die Zähne sind. Das heißt, der Anteil an organischer Komponente, der liegt in der Größenordnung bei 2 bis 2,8%, ist genau so, wie das beim Zahnschmelz, beim Zahnschmelz im Wesentlichen der Fall ist. Was drunter liegt, das Zahnbein und so, das hat höhere Kollagenanteil, das wollen wir mal nicht diskutieren. Das heißt also, Sie lassen nur das richtige Stoffpaar, was, und jetzt kommt noch ein wichtiger Begriff, offensichtlich durch die Evolution optimiert ist. Ja, ist ja das Gleiche, ich mache ja nichts anderes. Ich mache ja keinen, ich mimicke ja nicht, also biomimetische Situationen sind es zwar, aber ich bin ganz eng am biogenen Stoffsystem. Also lasse ich die beiden aufeinander los und die mögen sich. Und die machen etwas ganz Aufregendes. Also zunächst mal dient die Gelatine in Form der triple helikalen Proteinmoleküle als Nukleationszentrum für Nano-Apatit auf eine Art und Weise, dass der Apatit direkt die richtige kristallografische Orientierung bezogen auf die Längserstreckung des Moleküls hat. Das machen die ganz alleine. Und dann finden die sich zusammen, es bilden sich Nanobrettchen dieses Komposits. Und diese Nanobrettchen passen einfach zusammen. Da würde man sagen, das ist nichts anderes als bestreben, die Oberflächen, die freie Oberfläche zu minimisieren. Da können sie auch an Oswald denken, Modralfunk und sowas ähnliches. Die packen sich zusammen. Und wenn sie größer und größer geworden sind, kommt plötzlich ein neues Phänomen hinzu, dann bilden die eigenständig, weil diese triple helikalen Moleküle polar sind, ein intrinsisches elektrisches Feld eigenständig. Das ist gemessen worden. Und dieses intrinsische, selbst aufgebaute elektrische Feld, das organisiert das ganze Wachstum nachher. Das heißt, sie haben plötzlich auf der Nanoskala etwas strukturiert, sie haben einen Komposits gebaut, sie haben es polar gemacht, sie haben ein intrinsisches elektrisches Feld und sehen riesige Selbstorganisationsprozesse. Und das ist so eine Geschichte, die ist natürlich hoch aufregend. Und alles, was sie an Strukturen und Materialien hinten rauskriegen, nicht die Formen von Knochen und auch nicht die Formen von Zahnen, das passiert nachher bei Otto Kohn in Agita. Diese Strukturen sind absolut identisch mit den Strukturen auf allen Skalen, die sie in Knochen und Zähnen finden, auch von der Zusammensetzung her. Und das bedeutet, dass man offensichtlich jetzt ohne Zellaktivitäten doch Teilschritte der Biomineralisation in lebenden Systemen bezogen auf die Apatit-Funktions-Biomaterialien wirklich hier so untersuchen kann, wie sie es anders gar nicht könnten. Aus der Maschine oder selbst gekocht? Aus der Maschine. Ja, aber selbst die Quantitäten zusammengestellt. Genau. Dann haben sie gut gemacht.